Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Dienstag, der 27. März 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 339 und ich habe heute die folgenden Themen für euch mit dabei. SBB, Google Drive, Webmaster, Sounddesign, Edge Browser, App Store Seiten, QR-Code, Apple News und Regional. Beginnen wir gleich mit den Schweizer Bundesbahn. Im letzten Jahr durfte ich ja schon, ich glaube hier in The Daily, aber auch im grossen Mutter-Podcast, im News-Format, berichten vom Geek Talk, dass in Zug ein Testbetrieb mit autonomen Bussen starten wird. My Shuttle hört das Ganze oder auf den Namen My Shuttle hört das Ganze und das hat sich jetzt über ein Jahr verzögert. Doch am 25. März respektive vor zwei Tagen war es soweit, die ersten eigenen Fahrten betreut, sprich in Testfahrten sind immer Leute drin, die das Ganze beobachten, haben begonnen. Die Verzögerung kam daher gehend, weil der Fahrzeugtyp Olit von einem amerikanischen Hersteller Local Motor nicht gewählt wurde. Die hatten Probleme und deshalb hat man jetzt neu auf das französische Modell EZ100 gesetzt von Easy Mile, der Firma, dahinter. Wie ich aber vernommen habe, hatte eines dieser Wägelchen schon Probleme am ersten Tag, oder am zweiten Tag besser gesagt, und musste abgeführt werden. Was da genau dahinter steckte, ich werde das noch ein bisschen einlesen und mich darüber informieren. Google ist ja gar nicht böse und evil und sowas sowieso nicht. Deine Daten interessieren sie nicht, eben halt doch. Auch Google Drive, kennt ihr, nutzen sicherlich einige von euch auch. Zum einen im kostenlosen 15 GB Version, aber vielleicht auch mit ein bisschen Geld nachgeschmissen. Ein 99, 99, genau, ab 1,99 für 100 Giga, ein Terra für knapp 10 Euro und so weiter und so fort. Und Google weiß ganz genau, was ihr da drin habt. Das Ganze wird auch immer wieder durchleuchtet, aber keine Angst, habt ihr auch in den AGBs unterschrieben, zum Beispiel, dass ihr da keinen Erwachseneninhalte reinpostet. Wer das trotzdem getan hat, die verschwinden jetzt. Ja, ziemlich, ziemlich obskur und speziell. Ich mag Google, ihr wisst es ja. Wir gehen weiter mit Google. Da ist jetzt endgültig soweit der Slogan, der schon seit Jahren durch das Internet getrieben wird. Mobile First ist jetzt wirklich so, denn Mobile First Indexing. Bis anhin wurden Webseiten auf dem Desktop analysiert und danach dann das Indexing erstellt. Ab sofort ist das umgekehrt. Die Seiten werden mobil indexiert und aufgrund dessen Ergebnis wird das Ganze dann dargestellt. In der Suche und auch sonst. Also, somit, wenn eure Seite nach wie vor nicht mobil ist, unbedingt ändern und optimieren. Wir gehen weiter mit dem Designer vom Apple Start Sound. Mögt ihr euch erinnern an diesen Startton? Nicht ganz so, ein bisschen anders. Aber ja, der war ja bis 2016 auf allen Macs zu hören. Seither wurde er deaktiviert. Und interessant ist, wie das Ganze entstanden ist. Wen es interessiert, auf daily.geektalk.ca haben wir einen Link dazu. Denn der Ton wurde damals ins ROM von damals noch MacOS oder eben nicht MacOS integriert oder reingeschleust. Und hat dann Anklang gefunden und durfte bleiben. Auch interessant ist, in dem Interview kam er vor, dass das iPhone, wenn ihr ein Bild macht mit der Kamera, hört ihr bei aktiviertem Ton ja so einen Verschluss. Und das klingt auch anders natürlich, aber das stammt von einer Canon E1. Das ist eine 40 Jahre alte Kamera. Denkt mal darüber nach. Dann gehen wir über zu Microsoft. Und die haben, und jetzt sind wir wieder zurück bei Apple, endlich den Browser Edge, den sie ja verwenden auf ihren Plattformen und vor kurzem auch für Android und für iOS geöffnet haben, jetzt auch optimiert fürs iPad rausgeschmissen. Wer also damit unterwegs ist, updaten, Universal App, macht Spass und Nutzen. Genau. Dann an die Entwickler unter unseren Hörern. Wenn sich eure App nicht ganz so verkauft, wie ihr es gerne hättet und oder erwartet habt, dann schaut mal auf den Developer Seiten von Apple nach. Denn mit den sogenannten Developer Insights Series veröffentlicht Apple immer wieder mal ein kleines Video für Dinge, die ihr optimieren könnt. Und darunter gehört eben auch die App Store Seite. Da kann man einiges tun, um mehr Umsatz zu generieren. Wenn ihr also eine App habt, unbedingt durchlesen. Auch wenn sie sich gut verkauft. Es wäre ja schöner, wenn sie sich noch ein bisschen mehr verkauft. Ihr kennt sie, diese QR-Codes, die eigentlich schon totgesagt wurden. Und dann kam iOS 11 und Apple hat sie integriert. Und seither, zumindest gefühlt, haben sie ein kleines Revival feiern dürfen. Ja, die haben genau da drin, nämlich in der Apple eigenen Kamera App, über die Möglichkeit da eben QR-Codes auszulesen, einen kleinen Fehler drin, der nicht unerheblich ist. Denn grundsätzlich ist es möglich, eine Webseite zu hinterlegen, die nicht ganz so sauber ist. Also zum Beispiel eure Daten ausspioniert oder was auch immer. Oder auch sonst nur was Böses tut. Und euch aber was ganz anderes anzeigt. Das könnte sein, open facebook.com in Safari und dahinter steht irgendeine komische Seite. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch nicht. Nicht lese es durch oder lasse es sein. Wir dürfen nur hoffen, dass Apple ziemlich schnell da nachbessert und da ein Fix anbietet. Apple News. Ein Dings, was es zwar, wenn ich richtig informiert bin, nach Deutschland geschafft hat. Hier in die Schweiz glaube ich nicht. Aber noch, zumindest bei unseren Breitengraden, nicht ganz so fleissig genutzt wird. In den Staaten schaut das schon anders aus. 60 Millionen Nutzer, die das fleissig nutzen, sind da drin und konsumieren Inhalte. Google schaltet, oder besser gesagt, Apple schaltet bald DoubleClick von Google frei. Die Möglichkeit, Werbeeinblendungen zu machen. Und dann bin ich gespannt, ob das so bleiben wird oder ob sich das ändern wird. Grundsätzlich kommen da coole Features für eben den Verleger, der News verbreitet. Und es ist zu hoffen, dass es dann für beide Seiten schlussendlich auch stimmt. Und zu guter Letzt, wir bleiben noch bei Facebook. Facebook hat es in den Staaten schon länger getan. Jetzt kommt das Ganze auch nach Deutschland und in die Schweiz. Regionale Nachrichten werden mehr gepusht. Nehmen wir an, ihr seid in Köln. In und um Köln. Und ja, dann bekommt ihr angezeigt Neuigkeiten, die in und um Köln betreffen. Macht ja grundsätzlich Sinn, denn Leute, die in und um Köln sind, interessieren sich wahrscheinlich auch für in und um Köln. Das gleiche gilt natürlich auch für jede andere Stadt und jedes Dorf. Ich bin mal gespannt, wie sich da mein Feed ändern wird in nächster Zeit mit den ganzen News in der Richtung. Ja, das waren die ganzen Themen, die ich heute für euch bereit hatte. Morgen wird euch der Achim wieder begleiten, denn ich bin in Paris beim Huawei Event. Und werde euch dann einen Tag später oder besser gesagt zwei Tage später dann auch für die Geek Talk News Folge sicherlich ein bisschen was mitbringen. Eventuell auch in der nächsten Geek Talk Daily Folge, wenn es dazu was zu sagen gibt. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals, dass ihr zugehört habt und freue mich, wenn ihr das morgen wieder tut. Und auch übermorgen und überübermorgen und sowieso. Abonniert unseren Podcast, hinterlasst uns wieder mal einen Kommentar auf iTunes oder sonstigen Plattformen. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Euer Pogipsi, euch noch einen erfolgreichen Tag. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.